Halli Hallöchen, da ist er wieder euer Zeitbottchen und es geht weiter mit Echo. Wir spielen auf Chillland XL. Und ja, das ganze ist Multiplayer ohne Mods. 365 Tage Zeit. Lade die Welt. Und schon sind wir drin. In der ganzen Thematik. Gut, das ist unser kleines Reich. Gut, dann wollen wir dann hier an der Stelle auch weitermachen. Meine Mülldeponie. Und schon geht's weiter. Was ich auf jeden Fall habe, ich habe hier wieder was freigeschaltet. Und das können wir... Grundlegende Techniker. Basic Engineering. Und dafür gibt's wieder Land Claims. Und die Land Claims werden wir einsetzen. Und zwar... So... Wann ist Welt leer. So... Genau. Und dann haben wir jetzt hier die nächste Reihe uns holen. Muss ungefähr hier sein. Ja. So sieht's aus. Den haben wir. Klopf. 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 Und... Einen noch, aber dafür muss ich hier holen. Klopf. Oh Gott. Klopf. 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 So, das war's auch schon wieder mit Land Claims. So schnell wie sie kommen, sind sie auch wieder weg. Klopf. Und... Weiter geht es. So. So fängt es gar nicht erst an hier zu wachsen. So. 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 f gedrückt. Und in... f gedrückt. Und in... f gedrückt. f gedrückt. Und sorio machen wir� an. nicht unten auch noch mal sonne hier wollen wir machen wir ein 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 So. Beep. 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 Be So, 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 Wand, 1, 2, Wand. Ist das richtig? Ja. Das ist richtig. Und hier oben drüber kommt die Decke. Auch das ist richtig. Oh? 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 So, wir wollen ein paar Schrieg. Oh? Oh? Oh. Oh? So, vielleicht musst du das hier ein bisschen abändern. So, vielleicht musst du das hier ein bisschen abändern. So, vielleicht musst du das hier ein bisschen abändern. Gut, der Baum muss weg. Ich muss mal was essen. Der Baum muss weg. Ich bin fort mit dir. Okay. 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 So. 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 auf. So. So. sagt kein Zoo weiter gehts Platz schaffen Ich habe geschweint, aber nicht geschafft so hallo achso da ist ein wurzeln im weg okie dokie das ist auch ein baum aktuell wächst holz noch von alleine war aber ich werde natürlich auch ganz schön noch an pflanzen so viel sei sicher hier kann man ja noch mal sehen ich habe aus also was drei mal drei braucht einen baum wenn ich dann die baumplantage anlege 3x3 so 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 gut da hier ja kein lager reinpasst in dieses machen wir hier draus dann halt einen raum mal gucken welchen raum wir draus machen eigentlich ist ja egal welchen raum so 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 mit der erde können wir noch mal dort rampen machen oder ich plane jetzt schon den oberen teilen so wir haben jetzt den teil mit dem da da drauf großes lager und darauf kommen bäume das klingt nach dem plan das klingt nach dem plan und hier unten kommt shopping queen rein ankauf von industriemüll dafür müssen wir das natürlich frei wollen dann kommt hier ankauf industriemüll rein mit verschiedenen währungen gewerbemüll verkaufen je nachdem welche währungen sie haben wollen wir akzeptieren dann einfach alle ist ein bisschen müßig jetzt hier die ganze zeit zu rennen aber da 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 das gab da 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 Bitte reparieren und Grundstückspfosten. Du machst das anschlagbrett wenn ich einfach geschnittenes holz brauche ich. machen wir mal 50 geschnittenes holz 50 geschnittenes holz und dann machst du mir ein solches brett dann machst du mir noch mal 10 dirt rampen 10 dirt rampen und dann müssen wir steine brauche ich als nächstes wieder dann machen wir noch mal 10 kisten das ist ein winziges lager 2x2 ok Winziges Lager will ich nicht. Ich will... was ist denn jetzt? Hier Lager. Mach mal zehn stück davon dann hätte ich... ach so, das geht noch nicht. Geschäft 2 bestellt Du kannst nicht mehr als fünf Aufträge machen. Ah, ok. Alles klar, gut zu wissen. Ok, dann ist das so. Gute Info. Zack, diggerig. Zack, diggerig. Zack, diggerig. Zack, diggerig. Zack, diggerig. Zack, diggerig. So, jetzt nur noch mal für meinen Gedankengang. Bis hier hab ich gesagt, ne? Bis da. Das heißt, der Raum ist dann bis... bis da... Und ich reiß schon mal weiter ab hier. Also, am nächstes war ich auf jeden Fall Steine... ich muss jetzt wieder Steine klopfen nehmen. Das ist das Primäre. Ja, da war der Baum ja wieder am Weg. Stimmt. Ich entsinne mich. Gut. Oh, schacke, lecker. Oh, schacke, lecker. Oh, schacke. Oh, schacke. Oh, schacke, lecker. sooo Ich muss eine Truhtanne hier immer rumrecken gullu 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 So, alles hier rein. Die Erde jetzt unterirdisch zu machen ist glaube ich Quatsch, ne? Ich brauch sie ja dann oben. Okay, das hat aber gedauert bis er den eben genommen hat. Da haben sie richtig Zeit gelassen für. Nimm dies. Okay, gut, dann... Schau weiter. Die ganze Erde muss auch noch weg. Jedes einzelnes Stück wird hier lang laufen. Ich bin noch nicht überzeugt. Okay. 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 ... Das kommt alles weg. Das kommt alles weg. Das kommt alles weg. Das kommt alles weg. Eigentlich ist die Idee mit, wir können auf den Strand gucken. Aber ich glaube unter der Autobahn, die er hier lang kommen wird, können wir zur Not noch Lagerplätze machen. Und dann natürlich so, dass die Autobahn nicht in der Luft schwebt, so wie jetzt. Sondern mit Pfeilern oder halt als komplette Wand. Irgendwas was definitiv besser aussieht als schwebend. Aber eins nach dem anderen. Erstmal müssen wir unseren Handelskram her hinkriegen. Damit die Leute auch kommen, brauchen die natürlich gute Wege, um dann mit ihren Fahrzeugen was anliefern zu können. Und deswegen mache ich das hier gerade. Wenn dann hier einer von den Roadmastern kommt, dann wird der wahrscheinlich erstmal schimpfen, dass ich da hinten das auseinander genommen habe. Aber ich hoffe dann auf Verständnis. Ich denke, das klappt dann schon. So. Einfach aus den Augen hier. Hauptsache weg. Eine Menge Erde für das kleine Rampensystem hier. Langsam wird der Lauf wieder größer. Ja. Ähm. Maybe. Donner hier. Wenn man hier hat da. Wenn man hier hat. Dann machen wir die Hände. Dann machen wir den. Ich bin dran. Dann machen wir das. 20 Steine Guti gut, guti gut. Man kann sehen, wo das hinführt, das Ganze. Ich bin zu hungrig. Dann gib mir doch mal ein HBone. Halt! Jetzt habe ich die Dinger in der Hand. Ich bin zu hungry. Na gut, dann muss ich das jetzt. In slow-mo. In slow-motion. So, jetzt kann ich langsam orange wieder größer kriegen. So, all right. So, jetzt. Zack, 20 weitere Steinchen. So, jetzt. So, jetzt. diese steine gehen auf jeden fall deutlich schneller zu hacken als die anderen 20 der vierte jaguar so 20 das ist dann brauche ich noch hier und schon wieder 20 sehr gut das läuft gut für uns damit können wir schön gleich bauen apropos wir haben die zeit aus den augen verloren ich bedanke mich fürs zuschauen es wird langsam was wenn es euch gefallen hat gerne das däumchen da lassen und kommentare und wir sehen uns bis zum nächsten mal euer Zabattchen